Im Season 16 Gameplay Trailer ist ein neues Item entdeckt worden. Geteasert kommt es in Season 16 oder vielleicht wieder ein Versehen. Keine Ahnung und ich rede nicht vom goldenen Shotgun Bolt. Ganz, ganz wichtig. Ich blende es euch mal ein. Mirage steht vom Care Package, vorne Kraber und der rechte Slot vom Care Package ist ein Item, was wir aus Apex so nicht kennen. Und auf Twitter überschlagen sich die Theorien und Titanfall Fans haben etwas entdeckt und sind sich relativ sicher, dass das ein Item aus Titanfall 2 sein könnte. Ich mache das Bild jetzt einfach mal ein bisschen größer, damit ihr das ein bisschen genauer seht. Und dieses Teil sieht dem Theory Kit, ich hoffe ich spreche es richtig aus, verdammt ähnlich. Ich mache das hier mal noch ein bisschen kleiner und haue das einfach mal so ein bisschen daneben. Und ich würde sagen, von der Form könnte es tatsächlich dieses Teil aus Titanfall sein. So, jetzt wundert sich der ein oder andere Mensch, ich habe keinen Plan von Titanfall, so wie ich zum Beispiel. Ich blende euch mal die Erklärung vom Theory Kit ein. Dieses Teil ist sozusagen so eine Art Survival Pack. Es besteht aus einem Data Knife, also einem Datenmesser, einer Smart Pistol und einem KI Kern aus einem Titan. So, Leute, jetzt seid ihr dran. Meine Vermutung, was es sein könnte. So eine Art Survival Pack könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht heißt es trotzdem Theory Kit. Vielleicht ist das irgendwas, was man, und das ist ja der Punkt, es kommt aus einem Care Package, nicht aus einem Lifeline Paket oder sonst was. Vielleicht ist das wirklich so eine Art Survival Pack, wo wir, wir sind vielleicht neu gerespawnt und dann kommt uns dieses Care Package gerade richtig. Dort finden wir vielleicht in diesem Theory Kit Survival Items, eine Waffe, vielleicht ein paar Schildbatterien, Zellen, Medi-Kits, keine Ahnung. Vielleicht ist da auch noch zufällig ein Respawn-Biegen für unseren noch gefallenen Teammate drin, keine Ahnung. Irgendwas wird drin sein, was uns alle mega glücklich macht. Vielleicht ist es auch ein Haufen voll Granaten, Munition, eben was ein Survival Pack sein könnte. Also eine Mischung aus verschiedenen Items, Aufsätzen und so weiter. Das ist jetzt meine Theorie, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen, aber ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Was denkt ihr, gerade vielleicht Titanfall Fans unter euch, die sich damit genauer auskennen? Schreibt mir eine Theorie in den Chat und lasst mich wissen, was denkt ihr, was könnte es damit auf sich haben, wenn es das Theory Kit tatsächlich ist? Was könnte das im Apex-Universum bedeuten und eben nicht im Titanfall-Universum? Ich bin auf eure Meinung gespannt, verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.